Wir sind wieder hier am Hof. Heute wollen wir ein Geheimnis klären, das wir gestern schon besprochen haben. Und zwar ist Brot tatsächlich weniger wert hier als Mehl. Ich lasse jetzt mal Brot produziert da drüben. Mehl wird auch produziert. Ich stelle euch jetzt mal da her. Mal kurz durch. Wir haben ja erst flittert der Rest. Dann irgendwann ansammeln der Vorsicht. Der macht das, wo das Ding steht. Davon steht er. Der Ladewagen, wir produzieren ja jetzt Blasch mit Brot, das wollen wir auch weiter sofort finden. Okay. 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 Das funktioniert nicht so gut. Mal ein ganz anderer Radius jetzt. Ich verzeihe mir erst mal mit ihm. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Come in, come in. Come in, come in. Come in, come in. 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 Come in.